hallo freunde und willkommen zurück beim harvest moon back to nature let's play auf meinem kanal morgen regnet es aber auch in die wichtel eigentlich nichts machen da werde ich auch heute die tiere nicht mehr raus bringen nur noch hineinbringen in den stall ja in der heutigen folge das werden wir dann uns vornehmen auf jeden fall natürlich wieder nochmal saatgut kaufen denn ich würde gerne in der heutigen folge noch mein haus ausbauen dadurch dass wir aber beim festival wieder mal kein geld bekommen haben toll und weggeschmissen also am tag des festivals kein geld bekommen haben kommen wir das erst heute und ich glaube wir können dann wenn weg das zeug abholt ein auftrag für den haus umgeben ich werde es aber trotzdem mal versuchen so den ein maiskolben lassen wir noch verschenken wollen wir wollen uns ja mit allen freunden ach ja so viel geld das gras ist gewachsen auf der farme rum ja damit hier natürlich das haus ausbauen können müssen wir noch ein bisschen holz hacken ich glaube 20 stück brauchen wir noch also das kriegen wir jetzt locker hin habe ich gerade das ding zu ja ich habe es natürlich wieder eingeschossen super hühne fütter werden uns natürlich auch wollen zwiebeln sehr wahrscheinlich ich gucke noch mal schnell ja zwiebeln sieben tage wachstum ja doch sollte reichen die mädels sind natürlich wieder hier um so ich hatte ja schon die achsen da super 1 2 3 4 5 6 und dann kommen wir auf unser geflügelfahren kümmert man sich um den laden und meinem bruder um die hühner ja ja das weiß ich doch schon alles hoch du bist auch gekommen martin ja 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 wie immer die hühner voller haben ja denke ich noch eigentlich reicht es ja möchte ich heute noch nicht kaufen aber wenn ich schon immer dabei bin da kommt der gott kommt der jetzt schon wieder her und 6 1 2 3 4 bekommen so anstrengend ist das nicht 5 6 5 6 ich war doch nah dran gott ich dachte schon das ist nicht gereicht hat 1 2 3 4 5 6 so wie wir vielleicht mädel hier vorbei nö die sind doch glüppig auch noch bis zur mittagszeit hier ne jup gut keine blümchen von mir hahaha so wir brauchen 1 2 3 4 mal zwiebeln kriegen wir hin 1 2 3 4 das geld dafür haben wir eigentlich auch das geld dafür haben wir ja beim 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 ja und am morgen den 22 tag natürlich ist es verschlossen gut was ich sagen wollte morgens der 22 da hat kein geburtstag und wenn wir glaube ich am 17 selbst geburtstag gehabt hätten also siebten sommer hätte n an dem tag jetzt geburtstag ja ja da bekommst du ein blümelein oh vielen vielen dank so und du bekommst kaltmais du bekommst auch ein blümelein oh 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 danke dir juhu so und mit dir freut mich auch mal an hier komm vielen herzlichen dank vielen herzlichen dank ja bitteschön so zwiebel zwiebel jaja jaja komm vier stück wo auch immer zwiebel 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 ich habe keinen treibhaus jene komm alter ja vier vier danke so dann haben wir auf jeden fall zum morgen genügend geld zusammen damit wir unser haus eigentlich erweitern müssten weil die tomaten die werden heute abgeholt der mais von heute wird abgeholt ich sag mal so wir machen mindestens 3000 plus vielleicht also schätzungsweise ich habe jetzt nämlich nicht durchgerechnet wie viele pflanzen nicht geauntet habe weil dann könnte man sich dass man ein bisschen schnell im kopf ausrechnen aber wir könnten jetzt vielleicht nur scherp gucken wie teuer eine kuh ist aber wenn es verschlossen ist toll ist hier auch montagruhe tag oder was ist das für ein scheiß dann hole ich mir halt hühner fütter das müsste ja bis was doch was er gucken wie teuer Prozent wie viel Geld mir einbringt welche Hände willst du denn verkaufen die Klinik eigentlich nicht Hedwig nie die Tische Sätei zu gehen an ihr ist der Schlüssel oder ja schon sagen mal gucken wieviel bringt ein Piepsi du verkaufst nicht so mal gucken wieviel wir für unser Goldhuhn bekommen Kiki mit vollem Herzen wir sind Szenen 4 5 6 7 19 10 und eine Korne links um 2.500 plus ne danke nö ich verkaufe nicht die sind glücklich bei mir nene 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 ich frage mich jetzt noch mal gerade wie könnte man ein krankes Huhn erkennen also bei den Kühn weiß ich das glaube ich da ist so eine Art wie Regentropfen oder so eine Träne halt über den glaube ich da war da sogar ein Schatten oder war das bei den Kühn ich bin mir da echt gerade nicht mehr sicher Hmmm so wo haben wir denn da haben wir die Zwiebelsäße das wie Bajajaa jels so Freunde hier arbeit für euch 14 da ist er ja so freund ab da lang ich gehe mal vor mit dem in den stadt und dann schauen wir mal wie viel geld wir bekommen am ende habe nein nein so jetzt ist schnur strax nach oben ein freund man muss nämlich also damit man die eigentlich am besten reinkriegt immer einsprechen denn dann sind sie genau auf der position so drehte haben wir die drei sieben zusammen locker habe ich mir komplett unterschätzt so mein hund muss aus dem regen raus sonst wird er mir böse sein stimmte morgen braucht er gar keine gießen so aber morgen wird doch wahrscheinlich wieder ein küken schlüpfen oder so kann ich ernten nö nicht hier ernten nö das ist für ein scheiß ich will ernten 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 boah haben die echt nicht gegossen also es zählt wohl immer erst dann genau das was mit samen ausgestattet ist so auf dem feld der tag beginnt also bach mal wird wie wird nicht schon hier umfallen ja so ich habe ja so den inklinger gießen ohne umzufallen was man nicht alles tut und wenn ich gerade richtig sehe müssten morgen auch meine ananas pflanzen reif sein denn die brauchen 20 tage zum wachsen habe ich die ich das am zweiten eingepflanzt bin ich mich gerade nicht sicher ich habe ja doch erst relativ spät gekauft und dann am ersten konnte ich glaube ich nicht ein pflanzen wegen dem genau wegen den komischen eröffnungstag mensch jede pflanze bringt 500 ich habe wir sagen der sommer produktiv für die form also herbst ist natürlich auch noch sehr gut als jahreszeit wenn man dann wieder im wald mehr sachen findet die pilze doch bitte auf jeden fall wir machen wir nicht wenig geld in diesen zwei jahreszeiten winter eigentlich nur wenn man ein gewächshaus hat ja sind nämlich noch nicht reif na dann freunde auch in den nächsten tag so dann könnte ich natürlich auch mal wieder gehen natürlich noch mal angucken wie ich sonst noch mal power werden bekommen die geburt soll heute stattkennen die glückg und geburt die benachte best die zeit noch aber zu arbeiten ja aber ich könnte nicht mehr arbeiten freundchen gestreichelt sozusagen wir können schon gucken was das für gezepte geben wurde jeden dienstag ist es zeit für die delikate stunde mein name ist nah und ich stelle ihnen diese kurs sind um jede woche ein neues gericht wurde die gesicht gericht ist gemüse kohlenmöhre sie können verschiedene andere gemüse hinzugeben wenn sie möchte in kuchen geräte ein mixer ja klein schneiden macht sich sowieso besser denn ich werde den ganzen kohl kopf in den mixer kriegen geligat aber habe ich denn kochen sie in kaufeln können ich habe ich doch nicht alle gleich sofort mitgekriegt muss sich doch stellen glaube ich über teleshopping ich werde nur 6 verkaufen und zwei kommen bei mir in den kühlschrank wenn ich einen habe warum kommen die wichte heute noch hier zum 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 gießen braucht aber nicht machen freunde seid doch mal clever kriegt weder wenig ei geschenkt wenn er nicht gleich wieder weg sind obwohl ein blümchen könnte ja auch ausreichen so jetzt müssen wir schon vier sechs tierchen sorgen jetzt haben wir wieder ein ei drunter ich habe es gewusst hier müssen fünfe sein ja sind fünf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jo Obwohl, warte mal Küken braucht glaube ich noch nichts zu fressen Ach, ist ja jetzt so egal Plütschi, plütschi, Fede Wasser mag doch jeder Geht doch mal nach Haus Ich dachte schon, ich habe es da gegeben Wow, danke schön Plütschi, plütschi, plütschi Und der ruht sich hier auch in Haus Wow, danke, dada Ja, der Kappa kriegt gerne Gurken Aber so einfach ohne irgendwas Sind sie nicht so lecker Sag ich doch, der ist Kappa Kokos wäre auch der Kuh Ja, auch wenn es vom Geld her reichen würde, dass ich mir heute noch eine Kuh kaufen könnte Weil ich das wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge machen Denn ich will mich heute wirklich erst mal nur noch auf die Folge auf den Farmausbau konzentrieren Denn die Folge ist ja nur auch schon bald wieder lang genug Nein, die Folge ist nie lang genug Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf und sechs Zack, 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 zack Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs Zack, 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 zack Eigentlich wäre es ja auch wenn es regnet und die Lichte da sind Ein guter Zeitpunkt, um die Gießkanne zu erweitern Weil Bessern tun ja dann die Zwerge Aber in der Befürchtung, dass die ja wieder nicht alle Felder erwischen Wenn man nicht genügend Wichtel hat, ist natürlich scheiße Eins, zwei, vier, fünf und sechs Ha 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs Das ist nicht noch eins? Ne, du hast Gras hier Dumpacia Hup Hallo, wie gt Wohlhauser ex Ha 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 regulator tolerate Wir nix 5,90 Gold und 319 Blüten weiss das Okay oops Ja Okay Freitag Dann Wir hören Did Arbeit wir hatten nur 14 links so für den korb bräuchten noch 1200 das kriegen heute locker zusammen so die gießen noch vier tage werkzeug ist eigentlich alles bombig nur der hammer nicht darüber wird das ist jetzt auch egal ich glaube wenn man heiratet bekommt man doch noch mal eine vor wäre so war das zu melden das ist im super nintendo teil von harvest moon dass man dann sozusagen als ich sage jetzt nicht als hochzeitsgeschenk aber der übergabe anstatt der ringe um den proberen gemopft dazu und falls ihr euch jetzt noch mal nein nein so die sich bringt mir heute gar nicht das pferd ist versorgt und ist versorgt ich würde mal sagen ja obwohl doch ich bringe noch ein paar bühne weg und dann werden wir auch danach schon die folge wieder mal beenden denn die ist ja nur wieder lang genug wir haben zwei tage geschafft das haus ist am ausbauen die kuh kaufen wir uns lieber am nächsten tag aber noch mal wirklich mehr geld haben wir sind wir auf der sicheren seite mary bist du mary oder danke dir juhu so hier kommen mit dir freundlich mich auch mal ein bisschen an hier kriegst ein blümchen oh danke der marivale das ist meine mädels ach stimmt der kai hat ja heute noch geburtstag das habe ich aber kein geschenk für ihn naja dann kriegt er halt nix ist jetzt auch nicht so schlimm weil wir werden ja wie gesagt nur das erste ja durchspielen eigentlich und naja dann mal nach dann auch schon ein anderes spielchen erst mal weitermachen also form bauspiel beziehungsweise habe es nun dann sofort weitermachen ich glaube er noch nicht also zumindest nicht diesen teil hier werde ich dann etwas längere zeit vielleicht noch pausieren aber mal gucken was dann alles noch bis dahin passieren wird denn in der zwischenzeit während ich das jetzt hier gerade aufnehme zurück in einem monat oder zwei kommt neues haus nur für die switch raus und zwar light of hope ich werde es mir dann auf jeden fall mal anschauen ob es dann auf meinem kanal laufen wird weiß ich jetzt halt erstmal noch nicht aber ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen und wenn es euch natürlich gefallen hat wie immer gerne einen daumen nach oben oder was in die kommentare schreiben ich sag nur noch ciao ciao